Denkduett. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist. Hallo miteinander, herzlich willkommen beim Denkduett. Wir sind ein bunt gemischter Kreis von Frauen und Männern, die etwas miteinander teilen. Die Liebe zum Denken, die Liebe zur Weisheit. Liebe zur Weisheit heißt auf Griechisch Philosophia. Wenn wir miteinander philosophieren und nachdenken, dann geht es uns um Tiefe und Horizonterweiterung. Philosophieren ist unser alltägliches Tun. Wir meinen, dass Denken im Alltag seinen Platz haben sollte und das am besten mit euch. Fertige Antworten haben wir nicht, aber gute Fragen, über die wir mit euch ins Gespräch kommen wollen. Macht mit, folgt unserem Podcast Denkduett oder sichert euch einen Zugang beim Video Live Denkduett. Wir freuen uns auf dich.